stellvertretend Treue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann Heilands Worte Millionen und Milliarden Mal, oh mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern wir das gussbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kussbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen und ich kann sie retten, verkünde es, Heilands Worte Ich brauche Sühnerseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder und segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und ich segne euch, eure liebe Mutter Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kinderlieb Und zu allen deinen Segen gib Und zu allen deinen Segen gib